Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transport Fever hier bei Heisenberg Zockt. So, die LKWs sind unterwegs, aber jetzt stellt sich halt die Frage, die wir uns in der letzten Folge schon gestellt haben, oder die ich mir gestellt habe. Ja, wie sollen wir das hier mit dem Stahl machen? Weil die hier oben wollen eben auf Stahl, andererseits bräuchten wir hier den Stahl für diesen Zug. Ähm, wie viel haben wir denn? 21. Werden die jetzt mitgenommen? Müsste eigentlich so sein, der muss erstmal abladen, das dauert ein Momentchen, da sieht man es. Wird gerade abgeladen und jetzt bitte rauf mit dem Stahl. Hau ruck, jawohl, das klappt bestens. Aber eben, ja, wir wollen ja eigentlich nicht, ähm, hier unsere Stadler Butler, hier die, äh, konkurrenzieren mit den Lastwagen, sondern dieser Stahl, der von hier mit den LKWs hier hinkommt, der soll nur für den Bahnhof sein. Jetzt würde ich sagen, wir machen mal folgendes. Wir werden das machen, was ich eigentlich gesagt habe in der letzten Folge, nämlich, wir machen hier mal nochmal eine LKW-Station hin und machen die so, dass eben nur der Bahnhof sozusagen profitiert, aber die Fabrik nicht. Ich habe aber das Gefühl, funktioniert das so, Moment, ach, wir können auch die kleinere nehmen, ist ja nur eine Linie. Ich habe das Gefühl, dass wir dann nicht mehr, äh, nicht mehr genug Stahl kriegen, weil die das nicht wollen, dass der Stahl da sozusagen exportiert wird. Die wollen den Stahl für die Fabrik. Wir können es ja mal testen. Also, jetzt hätten wir hier die Situation, wenn ich das Teil hier hin mache, man sieht, der, äh, Güterbahnhof wird bedient, die Fabrik nicht. Also, machen wir das mal, zack, hier hin. Dann machen wir die Linie neu. Seid ihr die Richtigen? Jawohl, ihr seid die Richtigen. Der bräuchten wir statt, muss ich schnell gucken, hier, ähm, Kacherabzweig kommt weg. Dafür kommt neu ins Spiel die Linie hier. Und jetzt bin ich tatsächlich gespannt, ob die trotzdem Stahl kriegen. Und vor allem, wie viel. Ja, wenn man jetzt hier hinten guckt, oh, das aber doch schon. Eieiei, das, ja, jetzt ist er verschwunden, der Stahl. Gibt es das? Sag mal. Hey, äh, äh, ja, okay. Ich lasse mal ein Momentchen schneller laufen. Das mache ich sehr ungern. Das sage ich immer wieder. Ich möchte das in Echtzeit haben. Aber wir müssen gucken, wie entwickelt sich das hier. Jetzt ist es tatsächlich so, dass wir keinen Stahl kriegen. Im Prinzip müsste das Spiel ja gemerkt haben, dass wir hier mit diesem LKW-Port diesen Bahnhof bedienen und, äh, Kollege Stahl dann abgeholt wird vom anderen Zug. Guck, nicht von dem, vom anderen. Hm. Hm. Ja, nicht, dass die jetzt hier... Ah, da hat es ganz kurz, hat es gezwickt. He, da hatten wir mal ganz kurz, hatten wir ein Stahlteil. Ich glaube, dann haben sie gedacht, äh, das stimmt eben doch nicht. Haben sie es wieder weggenommen. Ne, schaut mal, das funktioniert nicht. Tatsächlich nicht. Da müssen wir es, glaube ich, tatsächlich so lassen, wie wir es hatten. Nämlich, dass sie halt hier aufteilen. Ein Teil kriegt die Firma, ein Teil kriegt der Bahnhof. Ja, wobei jetzt haben wir hier, äh, drei Stück hatten wir. Also es klappt so ein bisschen. Der fährt nicht leer, der hat vier Einheiten dabei. Die Frage ist, was ist besser? Wo kriegen wir mehr Stahl? Kriegen wir mehr Stahl? Ne, ne, wir lassen es so. Weil, ganz einfach, wir konkurrenzieren sonst tatsächlich hier den Stadler Butler. Dann fährt der leer. Wenn hier die LKWs den Stahl hier raufbringen. Wir lassen das so, jetzt ist es tatsächlich so, dass die wirklich nur Stahl für den Bahnhof liefern. Man sieht auch, es funktioniert ja doch ein bisschen. Ja, doch, auch 14 Einheiten. Musst du vielleicht auch zuerst mal ein bisschen anlaufen. Ja gut, dann lassen wir es. Weil, eben, dann haben wir jetzt die Stadler Butler hier noch. Ich kann eigentlich mal wieder runter mit dem Tempo. Dann haben wir jetzt die hier auch noch ein bisschen was zu tun. Oh, schaut mal, wie schön das aussieht hier. Voll beladen mit Stahl. Ganz cool. Also, das klappt jetzt auch. Die müssen doch eigentlich mittlerweile auch Plus machen hier, die Kollegen. Nochmal schnell gucken, Finanzen. Ja, denkst du, das ist immer noch ein Minusgeschäft. Die hatten wir ja zuerst hier die Linie mit den Köfs. Das hat gar nicht funktioniert. Jetzt mit Stadler Butler funktioniert es auch nicht wirklich viel besser. Aber wir leisten uns die mal. Wenn wir hier gucken, das sieht ja gar nicht schlecht aus. Wir sind eigentlich im grünen Bereich. Wir verdienen. So, und das kommt hier hoffentlich auch in die Gänge. Das mit dem Stahl angeleiert haben wir es zumindest mal. Gut, dann hätten wir jetzt, glaube ich, soweit das Ganze optimiert hier unten mit der Warenproduktion. Jetzt müssen wir aber noch ein paar Linien machen, die eben Waren verschiffen, sozusagen. Ähm, wohin gehen wir denn überall? Wir gehen, glaube ich, mit den LKWs. Moment, wir gucken mal. Jawohl, Wenzel. Das ist hier oben. Also, die umliegenden Städte, die haben wir alle. Die haben wir alle mit LKW gemacht. Dann würde ich sagen, wir gehen jetzt mal über, dass wir hier ein paar Waren verschiffen mit dem Zug. Ähm, und das wäre zum Beispiel nach hier oben. Ich nehme an, Ganter-Käse. Ganter? Ganter-Kä-See? Hä, irgendwann spreche ich es richtig raus. Ähm, die haben keine Waren. Ne, die haben gar nicht, die haben nicht mal Nahrung. Okay, aber jetzt sind wir nicht beim Thema Nahrung. Jetzt sind wir beim Thema Waren. Deswegen machen wir jetzt erstmal die Warenlinie darauf. Macht das Sinn mit LKWs? Es wäre vielleicht eine Idee, das stand auch in den Kommentaren, baust du denn keine Autobahn mehr in Staffel 5? Äh, doch. Aber die müssen natürlich auch ihren Besinn machen. So ein Autobahnbau, der kostet wieder was. Aber warum nicht zum Beispiel jetzt von hier unten, so im Prinzip von Walvik auskommend, hier rauf eine Autobahn ziehen und das mit LKWs machen? Es wäre wahrscheinlich die günstigere Variante wie mit Zug, weil der Zug hat einfach wieder nur Waren transportiert. Und das ist nicht das lukrative Geschäft, sage ich mal. Also Öl ist da was ganz anderes, ist ein anderes Kaliber. Aber andererseits, ich möchte halt tatsächlich Zuglinien haben. Wir gucken mal schnell. Haben wir hier Gleise? Ja, wir haben Gleise. Die führen uns aber nicht nach da oben. Nicht nach Ganter-Käse. Oder Ganter-Käse. Ähm, das müssten wir nochmal machen, beziehungsweise müssten wir bauen. Wir könnten hier mit den Gleisen hier hin. Ja, nee, das ist irgendwie auch nicht ideal. Wer ist denn hier unterwegs? Aha, eine alte Dampflok. Das ist ja auch schön. Die behalten wir. Oh, die läuft. Die macht sogar Gewinn. Na, ist ja wunderbar. Hier ist nochmal eine Dampflok und die fahren tatsächlich hier rauf. Also die Gleise könnten wir nehmen. Da hätten wir sogar die Möglichkeit, oder wie soll ich sagen, wir könnten einen Güterzug nehmen, der nicht allzu schnell ist. Weil hier behindert doch in dem Sinn niemanden. Wahrscheinlich behindern dann die eher den Güterzug. Gut, wir gehen in diese Gleise rein. Das würde ich schon mal als fix betrachten. Jetzt schaue ich mal nochmal schnell. Haben wir hier oben noch Gleise? Oder vielleicht, dass wir hier einen Güterbahnhof hinstellen? Das sieht nicht so aus, als wäre hier noch allzu viel frei. Wobei, dafür ist eigentlich noch mehr als genug frei. Guck mal, hier ist frei. Das Gleis ist noch frei. Können wir hier nicht. Das habe ich glaube ich schon mal probiert. Dass wir hier noch eine Weiche hinkriegen. Ne, geht genau nicht. Oder geht es genau? Ne, geht genau nicht. Deswegen habe ich hier die Bäume hingestellt. Naja gut, dann haben wir das Gleis nicht. Da könnten wir von der anderen Seite noch rein. Wer ist denn hier noch unterwegs? Ach, hier ist wieder so eine Farbe drauf. Okay, hier ist eben doch schon einer drin. Aber in dem Gleis? Da ist tatsächlich keiner. Das heisst, wir könnten hier eigentlich unsere Waren abladen. Dann bräuchten wir keinen Güterbahnhof. Also, das würde heissen, diese Gleise hier, die wären eigentlich perfekt. Oder, Moment. Doch, da kommen wir genau ins richtige Gleis rein. Also, wir müssen in die Gleise rein. Wir können das hier noch zweigleisig machen. Das würde ich jetzt glatt mal kurz machen. Strom haben wir. Das sind zwar Dampflokomotiven, aber ich baue ja meistens mit Strom. Ganz einfach auch wirklich deswegen, dass wir für später eben gerüstet sind. Und nicht irgendwo dann plötzlich Züge haben, die nicht fahren. Bloß, weil wir bei den Strommasten gespart haben. Aber beim alten Gleis bleiben wir mal. Weil eben allzu schnell muss der Zug ja nicht sein. So, jetzt müssen wir hier nochmal kurz. Zack, zack. Ein paar Signale hinstellen. Jetzt haben wir mal hier vor der Barriere, vor der Schranke. Ja, das ist genug Platz, dass wir hier nochmal ein paar machen. Dann haben wir hier auch ein bisschen freie Fahrt. Dann haben wir hier mal noch eins. Wir lassen das hier oben auch gerne nochmal ein Signal. Beziehungsweise zwei. Okay, und dann müsste das eigentlich passen. Können wir wieder laufen lassen. Dann können wir hier auch wieder ein bisschen Geld verdienen. Gut, also in die Gleise rein. Jetzt muss ich nochmal gucken. Von wo kommen wir denn? Wir kommen von weit unten, von hier. Wir hätten hier schon ein Gleis mit Tunnel. Könnte man nutzen. Weil die fahren hier auch nicht die ganze Zeit rum. Das heisst, wir müssten nicht nochmal durch den Berg durch. Müssten hier aber dann geradeaus. Und dann haben wir hier natürlich Gegenverkehr. Da müssen wir aufpassen. Das müssten wir doch irgendwie zweigleisig haben. Haben wir hier noch ein Gleis? Wir haben noch eins. Oder ist hier... Ja, genau, du sagst das. Ne, hier ist schon einer drin. Das würde ich dann lassen. Dann müssen wir mit dem Gleis irgendwie hier rein. Ja, das muss ich hier irgendwie anders machen. Nehme ich von hier her kommend. Dann müsste ich dort reinkommen. Denkst du, geht nicht. Okay. Hier eine Weiche machen. Bringt nicht viel. Ähm, beziehungsweise... Ja, jetzt muss ich gucken. Wie machen wir das denn? Weil das ist Käse. Ne, die fahren ja hier nicht zurück. Ne, die nicht natürlich. Aber das Problem ist, nachher der Güterzug mit den Waren. Der fährt hier wieder zurück. Also wir müssen den Bereich zweigleisig haben. Oder wir müssen hier halt Signale machen. Aber wir müssen hier unten so oder so in ein anderes Gleis reinkommen. Das muss doch irgendwie möglich sein. Aha, so geht's. Okay, wenn wir das ein bisschen später hier ranhängen. Dann sind wir aber genau auf der falschen Seite. Das ist ja auch wieder doof. Moment. Ich nehme es mal weg. Hier können wir nicht. Hier haben wir schon Linien. Man sieht's. Ne, guck mal hier. Ah, da haben wir doch noch das vergessene Gleis. Hier, das hier. Das habe ich vergessen anzuschliessen. Das können wir doch jetzt perfekt nutzen. Weil dann kommen wir nämlich von der Seite her. Und dann sind wir nämlich richtig. So, ich mache es wieder von der falschen Seite. Ich mache es nochmal von hier. Jawohl. Und das passt. Das ist jetzt auch das richtige Gleis. Das ist das Vergessene hier. Ja, was pfeift hier die ganze Zeit. Ist hier noch ein Flugzeug irgendwie unterwegs? Ja, müsste. Okay, also hier rein. Jetzt müsste ich mal... Moment. Ne, nochmal wegnehmen. So, ich muss sehen, was ich hier mache mit dem Portal. Da hätten wir das Portal. Hier haben wir das Portal. Das hat soweit seine Richtigkeit. Dann hätten wir wie das hier wieder vergessen, das Gleis. Aber da kommen wir vielleicht noch mit einer Weiche rein. Ich würde das tatsächlich mal so machen. Okay, dann bauen wir das Tunnel halt. Doch. Macht ja nichts. Wir haben ja ein bisschen Geld. So, dann kommen wir dem nicht ins Gehege. Das ist doch wunderbar. Und wir bauen auch hier mit dem langsamen Gleis. Weil wir brauchen kein schnelles. Wir müssen jetzt hier aber über diese Gleise rüber. Das so machen und aufschütten. Das geht schon mal nicht. Das würde gehen. Kostet 300.000. Und wie sieht es denn aus mit den Dämmen, wenn wir hier einen Damm haben? Ja, zerschneidet wieder ein bisschen alles. Das gefällt mir nicht. Das ist mitten in der Landschaft drin. Da möchte ich irgendwie doch nicht einen Damm haben. Aber die Aufschüttung, ja, ist auch ein bisschen wild. Vielleicht ein bisschen weniger hoch. Irgendwie so. Ja, dann hier auf die Brücke. Doch, doch, das müsste eigentlich klappen. Was haben wir denn sonst noch, was im Weg ist? Wo müssen wir denn eigentlich hin? Hier oben hin. Hier in diese Gleise rein. Hier ist es auch eingleisig. Wir könnten hier reingehen. Das heisst, wir müssen dort etwa lang. Dann hätten wir hier als Hindernisse noch eine Strasse und nochmal so eine Strasse. Ja gut, da bräuchten wir eine Brücke. Da könnten wir aber auch nochmal eine Autobrücke machen. Aber wir gucken mal, wenn wir das so bauen, wo wir jetzt hinkommen. Oder wie sieht das aus? Wir machen natürlich eine andere Brücke. Gerne irgendwie was in der Richtung. So, Güterzug mässig. 120 haben wir. Die Ausrichtung müsste passen. Wenn ich dich jetzt mitziehe, dann kämen wir hier auch noch rüber. Kostet 900.000, eine gute Million. Dafür hätten wir Ruhe. Die Züge hier, die können fahren. Und hier unsere LKWs können auch fahren. Und die Brücke ist eigentlich relativ schön. Hört das klappt mal so machen. Jetzt sind wir bei 800.000. Ein bisschen was investieren muss man halt. Hier gehen wir auch noch rüber mit der Brücke. Gehen jetzt aber runter. Und hoffen, dass wir relativ schnell auf den Boden zurückkommen. Jawohl. Das kommen wir auch. Dann können wir hier die Brücke lassen. Ich würde es nicht hier irgendwie aufschütteln mitten im Wald. Weil das ist eigentlich relativ cool, wenn man hier runter kommt. Allerdings müssen wir jetzt in die Richtung. Fangen wir es mal so. Dann wird hier doch noch ein bisschen aufgeschüttet. Das ist okay. Und dann dort in die Gleise rein. Also machen wir. Nehmen wir das mit. Mal gucken, ob wir nicht diese Gleise sogar noch für was anderes mitnutzen können. Was haben wir denn da oben noch? Treibstoff etc. Dass wir vielleicht irgendwie über diese Schienen dann irgendwie hier runter kommen mit dem Treibstoff. Wir müssen mal gucken, ob die da alle Treibstoff haben. Also. M. Noch mal ein bisschen runter. Okay. Nehmen wir. Ich lasse es mal eingleisig für den Moment. Weil das machen wir mit einem Zug, würde ich vorschlagen. Naja. Das ist da irgendwie ein Pfeiler oder was im Weg. Muss ich anders bauen. Äh. Wir kommen mal von hier. Hier runter. Wir sind dann halt relativ langsam. Und vor allem völlig falsch. Heh. Moment. Wir machen es von hier her kommend. Wenn ich das Gleis erwische. Dankeschön. Ja. Es hat auch relativ langsam. Aber. Wir werden hier nicht auf Tempo kommen. Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Komme ich hier rein? Jawohl. 70. Okay. 70 ist eigentlich auch in Ordnung. Dann hier eine Doppelkreuzungsweiche. Ja. Machen wir mal. Okay. Äh. Kriege ich hier die Weiche hin? Jawohl. Zack. Passt. Dann gehen wir hier rein. Jetzt müssen wir wahrscheinlich gucken wegen den Signalen. Wie gesagt. Es gibt einen Zug für den Moment. Wir wollen nicht mit 10 Zügen Waren transportieren. Das wird wahrscheinlich dann tatsächlich nicht funktionieren. Das rechnet sich nicht. So. Jetzt haben wir die Signale hier. Kann man eigentlich so lassen? Ja. Würde ich auch so lassen. Da oben haben wir auch wieder Signale. Dann passt das eigentlich schon. Wenn wir jetzt hier lang düsen. Eben. Hier oben haben wir ja die Abzweigung. Also von hier kommt man hier genau in dieses Gleis rein. Dann müssen wir dann noch bei den LKWs natürlich gucken. Dass die auch wirklich Waren transportieren. Okay. Dann hätten wir das schon. Dann machen wir mal die Linie. Das wäre dann von hier unten bitte sehr. Nach hier oben bitte sehr. Und da rein. Aha. Konnte nicht verbunden werden. Okay. Irgendwas klappt nicht. Moment. Wo gehst du denn hier rein? Gander Käse. Ins falsche Gleis. Du müsstest in die 4. Geht nicht. Haben wir hier keine Weiche? Kommen wir hier nicht rüber? Doch. Hier kommen wir doch rüber. Haben wir keinen Strom? Das ist... Doch. Strom haben wir. Das ist eigentlich auch egal. Weil die Linie weiss ja noch nicht, was für ein Zug drauf kommt. Kann ja sein, dass wir einen Diesel nehmen. Dann bräuchten wir die Teile nicht. Ja. Linie 1 hat hier einen Fehler. Okay. Das muss irgendwas mit einer Weiche zu tun haben. Wir haben eine blaue Linie hier. Man sieht, das funktioniert überhaupt nicht. Die blaue Linie. Wo habe ich es denn noch nicht angeschlossen? Fehlt hier ein Stück Gleis? Oder passt das hier unten irgendwie nicht? Da kommen wir doch rein. Ja. Interessant. Okay. Funktioniert tatsächlich nicht. Hier müsste eine blaue Linie sein. Also. Äh. Irgendwie. Das Tunnel wird... Doch. Das Tunnel müsste doch... Habe ich hier irgendwie ein Stück Gleis vergessen? Wir düsen mal nochmal hier lang. Wo ist hier ein Fehler drin? Manchmal fehlt natürlich ganz einfach auch ein Stück Gleis. Dass man dort einen Fehler gemacht hat. Hier kommt man aber rein. Und dann fährt man hier auf der rechten Seite hier hoch. Das hat seine Richtigkeit. Okay. Hier kommt man rüber. Kann hier abzweigen. Da rein. Wenn man zurückfährt, kommt man hier lang. Äh. Und kann hier geradeaus. Das müsste doch eigentlich funktionieren. Ich sehe jetzt tatsächlich nicht, wo das Problem ist. Ähm, jem, jem. Mal gucken. Ich nehme mal... ... den anderen Käse nochmal raus. So. Okay. Soll ich mal mit Strom gucken? Das ist eigentlich nie eine schlechte Idee. Elektrifizierung. Dann sieht man nämlich tatsächlich, wenn irgendwo ein Unterbruch ist. Also hier passt es, glaube ich, soweit. Hier oben auch. Hier rein. Wie gesagt, hier ist es egal. Ähm, jem, jem. Ob Strom ist oder nicht. Von der Linie her. Von der Linieführung her. Das ist der Linie egal. Die Linie funktioniert nicht. Das hat nichts damit zu tun, dass wir vielleicht irgendwo keinen Strom haben. Ich gucke nur... Äh, warum wir da nicht reinkommen. Da kommen wir tatsächlich nicht rein. Okay. Also irgendwas ist hier... ...liegt hier im Arken. Das müsste doch klappen. Machen wir hier mal noch eine X-Weiche. Äh, einfach weil es nicht schaden kann. Und gucken, was dann passiert. Zack. Weil meistens liegt es tatsächlich dann irgendwie an Weichen, dass etwas nicht so ganz klappt. Jetzt brauchen wir hier nochmal ein Signal. Okay. Machen wir hier eins. Und jetzt, glaube ich... Ja, jetzt ist hier oben natürlich eines falsch. Das kommt weg. So. Schnell rauszoomen. Zack und weg. Jetzt hier nochmal die Linie machen. Aha. Funktioniert immer noch nicht. Es liegt also nicht an der Weiche. Es liegt an etwas anderem. Das ist ja interessant. Moment. Machen wir das mal noch. Bringt auch nichts. Wahrscheinlich ist es wieder etwas ganz naheliegendes. Wir möchten in das Gleis rein. Das ist doch die 4. Die hier. Und funktioniert trotzdem nicht. Er kommt nicht in dieses Gleis rein. Warum kommt er nicht in dieses Gleis rein? Hier rüber. Das passt alles. Hier runter. Haben wir hier keinen Strom? Ja, ja. Aber eben. Das hat mit dem Strom eben gar nichts zu tun. Äh. Ich schaue trotzdem nochmal schnell. Äh. Vielleicht hier und dann hier. Doch. Strom haben wir überall. Wir haben auch im Bahnhof drin Strom. Hier unten haben wir sowieso Strom. Am Strom liegt es nicht. Ist mir gerade wirklich ein Rätsel, warum das nicht funktioniert. Äh. Sind wir hier im falschen Ding ins Trend? Tatsächlich. Das funktioniert natürlich mit der 1 nicht. Äh. Jetzt liegt beim Ursprung der Fehler. Echt jetzt? Wir müssen hier bei der 9 starten. Aha. Funktioniert genau gleich wenig. Okay. Das wäre doch hier die 9 gewesen. Mal lasse mich nochmal gucken. Walvik Zentrum. Ja. Das ist die 9. Hier wollen wir starten. Wir wollen mit dieser 9 hier raus. Hier ins Tunnel rein. Da ist ein Gleis. Funktioniert. Ich muss mal ganz schnell gucken. Doch. Hier ist ein Gleis. Jetzt hat es ganz ein bisschen so ausgesehen, als würde hier irgendwo... Hier fehlt tatsächlich ein Stück. Guck mal. Seht ihr es? Und das kann ich nicht verbinden. Oh lala. Okay. Das muss man aber auch jetzt mal sehen. Äh. Nein. Ich möchte um Gottes Willen nicht die Tanke abreißen. Ich möchte eigentlich das Tunnel da unten reparieren. Wenn ich das hier wegnehme. Okay. Vielleicht komme ich jetzt rein. Ja. Kann natürlich nicht funktionieren. Ganz klar. Aber eben. Also das muss man erstmal sehen. Dass dort ein Stück fehlt. So wird es gehen. Okay. Machen wir mal. So. Und jetzt mal gucken. Linie. Nehm, nehm, nehm. Wo haben wir sie? Ah ja. Da ist sie. Guck mal. Da ist sie blau. Ja. Ich wollte doch sagen. Das war jetzt ganz komisch. Dass das nicht geht. Ich meine klar. Hier unten war es noch falsch. Aber das hätte sich wahrscheinlich automatisch hier wieder richtig eingependelt. Hier beim, äh, beim, beim, beim geht hätte ich fast gesagt. Beim Bahnsteig. Aber wenn natürlich hier tatsächlich ein Stück Schiene fehlt. Okay. Jetzt haben wir es. Guck an. Jetzt ist es blau. Genauso blau wie es sein soll. Wird hier zweigleisig. Und hier oben wird es auch ins richtige Dingens reingehen. Jawohl. Hier schlängelt es nach da. Na, bestens. Okay. Haben wir es geschafft. Also das wäre dann hier das Städtchen Gander. Okay. Ich schreibe das mal ab da unten. Kesee. Waren. Okay. Das reicht eigentlich schon. Die Linie haben wir. Jetzt möchte ich aber hier tatsächlich noch gucken, dass wir die Waren auch wegkriegen. Da bräuchten wir einen LKW-Port. Was ist das hier unten? Das ist ein Teil des Bahnhofs. Ach, das ist glaube ich, ist das der Bahnhof Burgstahl? Das kann natürlich sein. Weil der hat eigentlich separate Strassen. Man sieht das hier leider nicht, wie der heisst. Aber das ist wahrscheinlich der Burgstaller Bahnhof. Der hat separate Strassen. Da hätte ich eigentlich andere Strassen nehmen können. Dann wären es die gleichen gewesen wie die hier. Ist jetzt aber auch kein Drama, denke ich mal. Gut. Jetzt ist eher die Frage. Wo kriegen wir hier ein LKW-Dingens hin? Wir können ja das Kleine nehmen. Lass mich mal schnell gucken. Das wäre, das wäre, das wäre. Das Kleine ist dieses hier. Wenn wir dich hier hin machen. Jawohl. Da hat der Bahnhof was davon. Das passt. Wobei, wir müssen natürlich zuerst gucken. Ja, wenn jetzt der ganze blaue Bereich hier beim Bahnhof gewesen wäre, hätten wir uns den LKW schenken können. Aber dann würde ich hier tatsächlich so eine Dingens hin machen. Wir müssen tatsächlich die Seite nehmen, sonst funktioniert es nicht. Oder wir gucken mal hier hinten. Da haben wir den Bahnhof auch. Mir gefällt es fast besser, wenn der LKW irgendwie hier ist. Wir machen das mal so. Zack. Okay. Das passt. Und jetzt gucken wir nochmal schnell hier hinten. Der blaue Bereich. Das wäre eigentlich diese Bushaltestelle hier. Man sieht, hier könnten wir aber mal was mit den Bussen machen. Hier haben wir doch ein paar Leute an den Haltestellen. Ja, wir nehmen das teil. Okay, also neue Linie. Das wäre dann, zack. Von hier wieder hier runter. Nehmen wir da rein. Ne, falsch. Ne, da nicht rein. Da wollen wir nicht rein. Beethoven-Strasse wird wieder gelöscht. Da wollen wir rein. So, jetzt passt. Da müssen sie ja zwar in der offenen Landschaft drehen. Da können wir jetzt aber nicht viel machen. Dann drehen sie hier halt. Ich hoffe, sie sind hier nicht allzu sehr im Weg. Weil das ist eine Nebenstrasse. Das ist ja nicht die Hauptstrasse, wo hier das Gebäude ist. Okay. Und das wäre dann hier für Gander-Kese wäre das LKW. Und dann machen wir Waren draus. Nicht Gewerbe, weil wir nehmen jetzt dort einfach mal die Waren entgegen. Sobald der Zug dann natürlich fährt. Gut. Also, wir brauchen LKWs. Wir haben sicher irgendwo ein Depot. Ja, da oben weit weg. Da brauchen wir auch nicht Tausende. Dann nehmen wir einfach mal ein, zwei, würde ich sagen. Und zwar, warum nicht mal wieder was Älteres? Weil viel mehr als 60 Kama sollten sie ja eh nicht fahren. Haben 13 Kapazität. Ist eigentlich okay. Die kosten ja auch nicht viel. Können wir mal drei Stück nehmen. So, setzen die gleich auf die Linie. Das wäre hier Gander-Kese-LKW-Waren. Dann haben wir die LKWs schon. Die fahren jetzt aber natürlich leer. Ganz einfach, weil der Zug noch fehlt. Da gehen wir jetzt schnell gucken. Wir haben hier ein Depot. Da kämen wir eigentlich tatsächlich rein. Guck mal. Kann der auf dieses Gleis und dann da lang? Das kann er. Ja, dann machen wir das. Dann kaufen wir den Zug hier. Jetzt haben wir gesagt, wir kaufen keine allzu schnellen. Sondern irgendwas, ja, was mit den Dampflokomotiven mithalten kann. Ich werde aber ganz kurz eine Speicherung machen. Also der neue Zug ist. Ich habe mal noch ein paar zusätzliche Lokomotiven, glaube ich, installiert. Also aktiviert. Muss mal gucken, ob das tatsächlich so ist oder ob ich das nur wollte. Ja, machen wir mal elektrisch. Ne, ist eigentlich egal. Wir machen mal alle. So, wir gucken uns mal alle an. Ja, ein Krokodil wäre hier natürlich auch schon wieder irgendwie relativ cool. Warum habe ich beim letzten Mal diese Krokodillok nicht genommen? Ach, weil sie zu teuer war. Genau, mit den Betriebskosten. Das haben wir hier jetzt genau auch wieder als Problem. Ja, guck mal die schönen alten Dampflokomotiven. Weil in den Kommentaren stand noch 2-3 Mal heiss. Ich gucke nicht immer nur auf die Anschaffungskosten. Die sind ja einmalig. Guck auf die Betriebskosten. Die kommen immer wieder. Habt ihr absolut recht. Also lieber mal eine grössere Investition. Wenn dann dafür die Betriebskosten niedriger sind, dann rechnet sich das eben auch. Was haben wir denn hier? Baureihe 211 dB Ozeanblau. Das wäre doch etwas. Die Mann 100 km, die stören also die Dampflokomotiven hier nicht besonders. Betriebskosten, ich liebe sie. Anschaffungskosten liebe ich auch. Leistung, ja, ist okay. Haut jetzt keinen vom Sockel. Aber im Endeffekt die paar Warenkisten, das müsste doch klappen. Wir kaufen uns die mal. Dann lohnt sich vielleicht dazugeben auch wirtschaftlich. Ah, schön, da die Dampflok. Auch wirtschaftlich, wenn der halt nicht ewig viel kostet. So, Güterwagen dazu. Auch nicht Zehntausende. Da machen wir auch nur ein paar wenige. Gerne auch irgendwie Wagen, die vielleicht nicht allzu viel kosten. Wer könnte denn hier Waren transportieren? Nein, nein, nein. Auch nicht wahrscheinlich. Auch nicht. Okay. Ihr könntet Waren transportieren. Da kostet allerdings, da kostet ein Wagen gleich, ja nicht mehr als die Lok, aber ein Viertel davon. Ja, die sind halt wieder eher teuer. Auch teuer. Die können keine Waren transportieren wahrscheinlich hier, die Kesselwagen. Die könnten es wieder mit 120. Kosten aber gleich 600.000. Die können das leider auch nicht. Der könnte es. Der kostet 800. Wir sind aber bei 700. Wieder 800. Oh, gleich eine Million. 820. Ja, ich glaube, wir gehen doch nochmal nach oben. Wobei, hier, gucken wir, jetzt wird es wieder günstiger. Was haben die für ein Tempo? 80 km mal. Das ist zu langsam. Hier haben wir 120. Die transportieren Waren. Kapazität 12. Die passen doch perfekt hierhin. Das sind zwar amerikanische Wagen, wenn ich mich nicht täusche. Wir können auch die wieder mal nehmen. Aber nein, die sind halt so viel günstiger hier. Wir nehmen die. Stellen das ein auf Waren. Damit da nichts anderes, zumindest im Moment, transportiert wird. Und kaufen mal bei 12. Machen wir mal einmal. Zweimal. Dreimal. Machen wir mal viermal. Das gibt, habe ich auch gesagt, einen relativ kurzen Zug. Wir müssen gucken, dass der sich wirtschaftlich lohnt. Also, und du musst jetzt hier mal gucken. Auf Gander Käse Waren. Auf diese Linie. Und da kommt er auch schon raus. Dude, Hallöchen. Herzlich Willkommen hier bei uns auf der Anlage. Ich hoffe, Sie fühlen sich wohl. Sie haben eine zugewiesene Strecke. Bitte verlassen Sie die nicht. So, Virginia Truckie 1016. Ah, guck mal. Das Logo ist jetzt eben auch drin. Das habe ich doch tatsächlich jetzt mal noch aktiviert. Ich habe das schon mal aktiviert. Aber dann wieder irgendwie, wahrscheinlich, weil ich nicht gespeichert habe. Oder weil irgendwas nicht geklappt hat. Habe ich es wieder deaktiviert. Ah, cool. Sehr schöner Zug. Ja, ich würde sagen, mitfahren werden wir auch noch. Aber, das machen wir in der nächsten Folge, dass wir hier noch runter düsen mit dem Zug. Und dann mal gucken, ob das hier wirklich auch funktioniert, dass der ein paar Waren bekommt. Aber mir gefällt das alleine schon wieder, weil hier ein Güterzug im Personenbahnhof drin ist. Solche Sachen finde ich immer relativ nett. Das gibt es eigentlich zu wenig, weil normalerweise trennt man das ja. Das ist eigentlich schade. Gut, danke fürs Zusehen. Hoffe, dass ihr euch ein bisschen gefahren habt. Dann sehen wir uns hoffentlich morgen wieder. Macht's gut, bis denne. Tschüss. Tschüss. Musik Musik Bis zum nächsten Mal.